Du willst dir deine eigene Meinung bilden? Dann bist du hier bei Modern Value Investing genau richtig. Wir werden dich aktiv unterstützen, dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst und eine eigene Entscheidung treffen wirst. Schau gern einmal auf unserer Homepage www.modernvalueinvesting.de vorbei und erfahre live, was uns bewegt. Wir würden uns freuen, wenn du den Kanal abonnierst und Teil unserer Facebook-Gruppe wirst. Die Links dazu findest du in der Infobox. Hi, ich bin Marcel. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, ihr schaut fleißig die Unternehmensanalysen. Doch auch eine Chartbetrachtung kann euch bei eurer Entscheidungsfindung weiterhelfen. Doch bevor wir in den Chart einsteigen, wie immer der Hinweis, dies ist alles meine eigene Meinung. Es ist keine Empfehlung für einen Kauf oder für den Verkauf eines Finanzproduktes und ihr müsst euch stets selbst ein Bild des Unternehmens machen. Wir betrachten heute den Chart von Paypal. Der ein oder andere hat die Unternehmensanalyse zu Paypal heute Morgen schon gesehen. Wer dies noch nicht getan hat, dem rate ich dies natürlich auch. Wir betrachten heute den langfristig, mittelfristigen und kurzfristigen Chart von Paypal. Und dazu habe ich euch einen schönen Chart vorbereitet, denn es ist der gesamte Chart von Paypal. Denn erst seit 2015 ist Paypal an der Börse. Und wer von Anfang an mit dabei war, der sieht, dass Paypal eine wunderbare Rendite gebracht hat. Denn wir haben einen intakten Aufwärtstrend seit dem IPO. Mittelfristig betrachtet hatten wir eine längere Seitwärtsphase, die etwas länger als ein Jahr dauerte und im Februar 2019, also diesen Jahres, dann der Ausbruch auf ein neues Hoch und die anschließende Rallye. Kurzfristig betrachtet, nach der angesprochenen stabilen Aufwärtsphase, dann erst kürzlich die etwas weniger guten Quartalszahlen, die Analysten hatten, mehr erwartet als Paypal präsentieren konnte. Und deswegen fand ein Abverkauf und eine Konsolidierung des Charts statt. Bei etwa 106 Dollar kamen die Käufer wieder herein und ich vermute und glaube, dass hier wieder ein Wendepunkt gebildet wurde und der Chart ab dahin wieder Richtung Allzeithoch drehen wird. Dies ist natürlich meine eigene Meinung. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie ist eure Meinung zu Paypal, zum Chart und was sind eure Aktienwünsche für kommende Videos. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Modern Value Investing. Ciao!